So, ich habe eben in 600 Metern den Kreisverkehr an der drückten Ausfahrt verlassen. Pinkelpause gemacht und da kam ein, eben der vorbei. In der Fahrt, mit Turban. Das ist ja interessant. Kein Latour. Da sehen wir noch, haben wir schon gegrüßt. Wo sind wir denn jetzt? Kurz vor Stuckach. Dieser muss ich jetzt wieder zurückfahren. Den Kreisverkehr an der drückten Ausfahrt verlassen. Linder und Kloß Linder und Kloß Linder und Kloß Linder und Kloß Linder, wie muss ich denn da jetzt? Da hinten ist er einfach wieder auf dem Kloß Läuernd mit dem Bein Linder 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 Hallo, Hallo In der Keine Das ist der hochklapp, das wir in Navi... In 600 Metern rechts abbiegen. Ein freundliches Fünffaches Füßkopf. Das ist bei der Rechte. In 300 Metern rechts abbiegen. In die untere Walgenstraße. Jetzt rechts abbiegen. Erstmal, kommt es nicht wieder weg. Das ist gut. Die Hand biegt. 30 jetzt. In 200 Metern rechts abbiegen. Und der obere Walgenstraße weiter folgen. Dann links abbiegen. Jetzt rechts abbiegen. Jetzt rechts abbiegen. Da ist bestimmt noch einer. Ja. Nein, da habe ich auch. Das meine ist viel größer. Auch so eine kurze Beine, aber viel größer. Jetzt rechts abbiegen. Jetzt rechts abbiegen. Jetzt rechts abbiegen. Jetzt rechts abbiegen. Dann links abbiegen. Jetzt rechts abbiegen. Dann links abbiegen. Dann links abbiegen. Dann links abbiegen. Dann links abbiegen. Dann rechts abbiegen. Dann links abbiegen. Historische Hallstatt. In 300 Metern rechts abbiegen und der Hauptstraße weiter folgen, dann halbwegs abbiegen. Das ist ein Warten. Das ist ein Warten. Das war der 2.050. Das war der 2.050. In 40 Metern rechts abbiegen. Jetzt halb links abbiegen. Sie haben Ihr Zwischenziel erbt. Jetzt links abbiegen. Den Kreisverkehr an der 2. Ausfahrt verlassen. In einem Kilometer links abbiegen. Jetzt nochmal. Den Kreis Kunstdienst. Ein zweifaches, grüß Gott, in der 2. Ausfahrt. 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 In 300 Metern links abbiegen. Auf die B313 Messericher Straße Richtung Singen. in der 2. Ausfahrt. In der 2. Ausfahrt von Tag. Jetzt links abbiegen. In der 1. Ausfahrt. Little thing aobnote. Ja, das ist gut. die Kreisverkehr an der 2. Ostfahrt verlassen Stadt Stoppwacht, Kreis Kunstdienst hier rein ins Paradies des Weichers, des Weichers, des Weichers In 300 Metern den Kreisverkehr an der 2. Ostfahrt verlassen und der B313 weiterverhalten den Kreisverkehr an der 2. Ostfahrt verlassen Stadt Stoppwacht den Kreisverkehr an der 2. Ostfahrt verlassen mit den 12 Gelben Sterne der Weicherskopf 12 Gelben Sterne, das war ja nochmal zum Wettbewerb und ausgeschrieben zum Wettbewerb und dann war das Döner-Keybacker aus dem Stock den ich nicht erwartet mit Wohl gibt es hier praktisch eine 1. Ständer das wollte ich nochmal sagen, ich komme nach dem Wettbewerb also, wie ich sagen wollte, die Flagge wurde ausgeschrieben, wer das einmacht und der Gewinner war ein Israelin der hat dann mit 12 Sternen praktisch erstmal die Gründungsstaaten dargestellt in einem Kilometer den Kreisverkehr an der 2. Ostfahrt verlassen mit 12 hat auch noch eine andere Bedeutung mit 12 verlorenen Stämme Israels auf die linke Seite ein fröhliches Saaler Balai und das passt auch gut so freuen wir uns drüber ja, das wissen die wenigsten der das Design gemacht hat das Israelin freut mit 12 Sternen hat er dann wohl die Nordenstämme Israels auf die linke Seite ein fröhliches Saaler Balai mit zweifacher Hinsen hier ist nochmal Käfer Pizza da kannst du zum Beispiel Stentin oder ich würde gerade sagen hier nochmal ein zweifaches da nochmal ein rechtes mit Stentin oder Warschau da kannst du auch mal lange suchen bis zu zwei Käfer Bläten und dich in die Platt erfindest das ist und das ist ja auch gegessen ok war das auch gut ja und dann habe ich mich da hingesetzt und war das ja auf dem Teller das war ja nicht in St. Fladen sondern auf dem Teller aber ich habe vorher geguckt wer das immer auch zubereitet und wie das zubereitet wird dann sagen wir einfach Saaler Balai gucken so in welchem Schloss in 300 Metern den Kreis würden wir an der zweiten Austart verlassen und der B313 weiterfällt die holnische Frau hat mit dem Kepa den Zugereitet auf dem Teller und wie viele gewisse sind den Kreis wird er an der zweiten Austart verlassen und dann macht er so für Speis und was sonst und so weiter auf dem Stocker ab wo es mehrsprachig unterhalten englisch ja hallo und wir sind gerade in 600 Metern rechts abbiegen diverse Zentrum anblechen Stuttgart das 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 jetzt geht's fertig wir gehen da in 300 Metern rechts abbiegen Richtung A98 Richtung Lindau der Falle nicht in Österreich überraschland mit Korn A-Siepfen jetzt rechts abbiegen ich komme bitte vor Alpies Ray hat mich jetzt rausgekriegt 3 km der Strasse vorhin ich komme jetzt vor Alpies Achtung Berscheid